Deutschlands Freiheit gibt es nicht kostenlos. Wir müssen sie beschützen und verteidigen. Ich will ein Deutschland mit einer starken Bundeswehr, die ihren Verteidigungsauftrag wieder erfüllen kann. Ich will eine Bundeswehr, die ihren Kernauftrag beherrscht. Auslandseinsätze, um fremde Staaten zu demokratisieren, die sind gescheitert. Wir wollen diese Mission beenden und die Bundeswehr wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Deutschland braucht verlässliche Partnerschaften. Sicherheit für Europa und unser Land geht nur mit Russland. Die Konfrontation mit Russland liegt nicht im deutschen Interesse. Frieden und Sicherheit durch eigene Stärke. Wir wollen eine starke Bundeswehr und für mich gilt unverändert. Wir müssen kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Jerape. 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 Du bist ein Schmuck. Vielen Dank.